Und herzlich willkommen auch wieder zum Destiny Hexen Projekt. Ah wir waren in der Mine, oder? Weißt du, wie sind es nach genau? Schon wieder etwas her. So und wollten Mountain graden, das machen wir nämlich auch. Schon mal grad am Inventar. Ah, kleine Tour hatten wir wohl gehabt. Und ne Saufel fehlt mir. Wir nehmen mal hier die Axt weg. Also hier ist ne Fischnitz die drauf, ne? Na aber noch nicht auf der Spitzhack. Die hätte eigentlich drauf senden sollen. Egal, mit 37 Leveln kommt man super voran. Lalalalala. Und gut. So langsam sollten wir aber fast unten sein. Will ich hoffen. Kann ja nicht mehr viel sein. Oh. Quantum Dust. Und weiter geht's. Sagen wir mal nicht... Ah, irgendwann müssen wir auf der Erdrock auch stoßen, glaube ich. Wenn wir das tun, sind wir schon zu hoch. Oh, da müssen wir auf jeden Fall 11 Etagen höher. Aber hier ist noch Redstone. Gut, Redstone ist eigentlich bei Hexen überall, aber... Das... Das ist jetzt Basalt, okay. Ich glaube, wir sind zwar zwischen Ebene von Basalt und Marble gelandet. Nice. Warum nicht mitnehmen. Da sehe ich auch schwarze Steine daraus. Oh, fett. Da können wir doch was Fettes mit errichten. Würde ich sagen... Tun wir mal einen Block hin. Tun wir den auch auswechseln. Und dann würde ich... Geht's so eigentlich fast richtig ab hier. Das gefällt mir mit dem Basalt hier. Nice. Scheint nicht zu wenig zu sein. Dann kann man auf jeden Fall was Fleisch mit Gutes anstellen. Vom Gebäudetechnischen her auch. Würde das auf jeden Fall geil aussehen. Flupflupflupflup. Ja, ja. Das sieht auf jeden Fall super aus. Ich weiß gar nicht viel Obsidian hier eigentlich noch fehlt. Dann machen wir hier noch ein Stack voll. Dann ist Jutt. Zack. Zwei Stück. Schauen wir mal eben. Doch das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Und gibt auch viel raus. Gut, wenn man das kombiniert, gibt's dann das gleiche wie bei normalen Stone draus raus. Das ist immer geil, wenn halt die gleiche Menge draus kommt. Dann kann man ja ruhig ein bisschen mehr abfarmen. Mach ja auf jeden Fall Efficiency drauf. Und Unbreaking, was ist drauf? Unbreaking 3. Gut, das hält noch. Aber Efficiency muss sein. Und Amadellodogi ist drauf. Und Amadellodogi ist drauf. Und Amadellodogi ist drauf. Hier ist keiner Obsidian. Da ist keiner Obsidian. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier haben so viel Müll wieder. So viel. Yay. Keiner Obsidian. Keiner Obsidian. Auch nicht. Wo ist denn das Zeug? Alter. Ja, hat mal keiner mitgerechnet, ne? Auch mal geil. Ne, der Soul Shutter bleibt hier. Ey, mach mir nicht alle Tschuggi jetzt. Wieso? Der... Soll ich grad im Inventar lassen? Nix. Oh, nimm doch mal deinen Draußenarsch da weg. Nein, der bleibt hier drinnen. Ach, war da grad ein Lava einmal reingehüpft? Genau. Das war es. Ah, aber noch mehr. Noch mehr gerümpelt. Noch mehr gerümpelt. Alles hier rein. Kommt irgendwann sowieso wieder. Da kommt die Zeit, dass wir alles ausräumen müssen. Hab mich aber grad erschrocken ziemlich etwas. Ach so, jetzt genau. Jetzt fehlt mehr das hier vorne. Mach mal so. Aber wo ist denn mein Obsidian? Gar kein Millimeter davon zu sehen. Nöp. Ich will mir doch kein Obsidian irgendwie selber machen. Das Tor soll, ich glaube ich, nachher hier hin. Wollte ich das hin? Da kann man so hinfangen. Nun gut. Wenn das Tor hier hin kommt, dann machen wir eine schöne Form. Ähm. Hier ist ja sowieso Wand. Das heißt, zwischen der Wand kommt eh nix. Dann kommen wir hier noch vielleicht noch so. Das hier hin. Dann brauche ich sowieso nicht vier Platzes. Jetzt hat ein Obsidian Tor noch nicht direkt dran. Vier brauchen wir, glaube ich, unten. Eins, zwei, drei, vier. Das haben wir. Bei vier bin ich da locker dabei. Okay. Dann kommt eine schöne Schicht Stein drauf, damit das jetzt gar nicht runterfließt. Was kommt da hin? Ja, das kann ich eigentlich so ganz ebenbürtig einfach nur dahin fertig. Mehr brauche ich doch gar nicht. Mehr brauche ich nicht und mehr will ich nicht. Das brauche ich nicht. Na gut. Spinnen. Wie weit sind die Spinnen? Wie die spawnen da unten, ne? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Oh, hier sind noch ein paar Items gewesen. Ach du Scheiße. Gut, dass ich die da unten noch gesehen habe. Okay, das meiste war es jetzt nicht. Aber wenn es gefehlt hätte, hätte ich mich natürlich auch gewundert. Und Strauß ist da. Hurra, hurra. Motiviert von den Tieren hier unten. Und das ist die Höro 3. Ne, die spinnen da weg. Schade eigentlich. Hätte auf jeden Fall was sehen können. Müsste man sich dann halt irgendwo anders hinstellen. Oder es gibt, ich weiß nicht, gibt es die Möglichkeit mit. Hä? Brochöre. Was ist denn jetzt die los? Der Lizard. Da frauche ich mich doch nicht. Ach so. Ist ja gut. Bleib ruhig brauner. Wupp wupp. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wupp wupp. Seh'n nicht. Und jetzt zeigen wir dahinter fest Ich kann gerade überlegen Hat mir nicht einen Amboss Einen Amboss Einen Amboss Einen Amboss Kann mir das mal einer verraten? Ich hätte doch irgendwo Einen ganz gewöhnlichen Amboss Welcher Truist hält er denn? Nein 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 Sehen wir einen da drinnen? Da sind sie Einen Amboss Den stellen wir mal Plummt Erstmal bei der Schmiede So dreist Plack Konnte man nicht Skeleten Oder Spider machen Nein Konnte man nicht Könnte man mehrere kombinieren Das ging glaube ich Das ist auch glaube ich kostengünstiger gewesen Sollte ich mal ausprobieren Habe natürlich Habe natürlich jetzt Garneterbeck mehr Ich habe nur zwei Eimer Lava Aber ich finde mein Obsidian nicht Ist das hier vielleicht auch in dem drinne? In dem nicht Oder in dem hier? Fünf Obsidian Ist mein Gedächtnis irgendwann Irgendwann Trinne ich schon Darauf Dass es Aber weiß wo es hin soll Jetzt brauche ich den Heiligen Graal Den ich Irgendwo hingeschmissen habe Da ist er Ja Mein Handy ist gleich Alter Schön Freudian Eis Jetzt machen wir mal eben Zack Zack Und dann machen wir so Fertig Die ersten zwei sind schon mal fertig Dann fehlen nur noch Eins, zwei, drei Ja jetzt ist das natürlich blöd Ach hier muss ja gar kein Muss ja noch da hin und da hin Oder das kann ja so aufgebaut werden hier Es fehlen eigentlich nur noch drei Stück Und die weiß ich auch Dass sie die da hin wegbekommen würde Ich glaube da reinhören wir auch mal Die ihm abzubauen Und geht schneller Als irgendwas anderes Da verwirrt ich doch mal liebend gern Die Spitzhacke Auf Erfrischen Sie fünf machen Fock Reparieren brauchen wir sie nicht Aber doch Wir tun sie jetzt schon mal reparieren Und dann holen wir uns da hinten Das ist nämlich weg Was wir brauchen Dann können wir nämlich In der Hölle Ein bisschen was sammeln Was wir nicht brauchen Das können wir dann Wenn wir Glück haben Stoffen In der übernächsten Folge Das fertig zu bekommen Das wäre kein Problem Wenn wir unterwegs was finden hier Nehmen wir das doch Kleine Hand Aber gut Kühe kann man immer mitnehmen Fleischmäßig Ledermäßig Was sonst? Oh Diamantos Ich laufe öfters lang Aber die finde ich wieder nicht Ich weiß noch nicht Ob ich Creeper haben möchte Ich glaube eher nicht Obwohl das Schießpulver Gut zum Also schnell zum Bauen ist Und für den TNT Gar nicht Die schlechte Wahl wäre So hätte ich ja meinen Nutzen dadurch Aber nein Nein, nein, nein Das lassen wir jetzt so Und das machen wir jetzt auch nicht anders Das wird so bleiben Oh Oh Ich weiß doch was Wie viel Lava ist denn immer hier drin? Eins Zwei Danke Dann habe ich nämlich zwei Lava mehr Alter, der Okay 64 Markblatt ist gar nicht so schlecht So als Tausch Hier bekommen die mich verdammt viel Weckgeboxt Hallo Kekse 64 Markblatt gemerken Kann man nutzen Den Tausch Man weiß ja nicht was man da noch extra bekommt Ach 64 Markblatt Und Durch Killen von Monster Bekommen wir immer beim Stack Emerald Charts Immer ein Smarakt Also von daher Gar nicht schlecht Die Überlegung Das zu machen Ja, glaube ich spinnen Den nehmen wir mit Guck, guck Guck, guck Da oben wurde ein Dach abgerissen Ah, geht doch gleich angenehmer Ist doch gleich viel angenehmer Das abbauen So, dort können wir hier gleich noch ein bisschen mitnehmen Wenn es doch gleich in der Hölle abgeht Vom abbauen her Da geht das noch versandter ab Ich gucke mal auf den Watch Ah, den Watch haben wir noch Dann gehen wir zurück Bauen das Hellenportal Und könnten dann eigentlich auch schon in der Hölle reingehen Ah ja, ich bin ein gutes Cleverchen Da bin ich jetzt nicht so penibel drauf Die mir zu holen Sandstone Ach, ist doch hier oben Warte mal Da müssen wir Dich will ich haben Dich will ich haben Dich will ich hier haben Und dich Blaue Wolle Hätte ich jetzt hier Sehe aber glaube ich ein bisschen bescheiden aus Wenn ich das benutzen würde Nicht lang schnacken Aber mit alles abbauen Power einfach ab Kluck, 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 kluck Die Stufen können wir auch benutzen Dann, 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 dann Ganz schnell kommt Wo Mist ist los hier Sonst wird es doch langweilig werden Nein Kluck Jetzt haben wir noch die Tür mal Aber Tut mir leider wieder leid Erprobter Abbruch Nein, Spaß Das war jetzt passend auf die Uhr Würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Bis dann Euer Flashdlb Und Tschüss